Hallihallo meine lieben herzlich willkommen zurück bei mir und meinem kanal wir haben doch früh wo ich das video jetzt drehe heute und heute ist so ich habe keinen Bock Schminkli zu machen Tag wir machen heute ein bisschen Filme guckt Tag und wir haben ja noch Urlaub beziehungsweise ja doch Urlaub aber irgendwie hat der Sturz mich im Urlaub doch ein bisschen jetzt zurückgeworfen ich habe Gliederschmerzen und sowas alle ich bin einfach kaputt ich habe schon gesagt nicht dass ich Burnout habe oder so ich bin einfach so müde und kaputt die letzte Zeit war ein bisschen viel noch mit Arbeiten das war das ist einfach too much ich hoffe dass sich das bald ändert und weil ich gehe ich gehe echt am Stock ich gehe am Stock und das ist nicht der Sinn der Sache dass man quasi doppelte Stunden arbeitet im Monat wofür man eigentlich eingestellt ist also das ist extrem was mich im Moment so ein bisschen so Verbraucher Verlosungsvideo wer kann es gebrauchen ja die Box habe ich hier vor mir liegen und die erste habe ich schon mal hier fertig gemacht ihr seid hier schon mal drin die ersten und zwar für den Lipgloss genau da geht es um den Hypoallergenic Super Nude Gloss entschuldigt bitte das ein bisschen laut ist aber A habe ich das Fenster auf B regnet es Gott sei Dank ihr seid alle hier für den Lipgloss drin und dann schauen wir mal an wen ja der geht ich packe das mal hier hinten drauf damit ich hier mal hier ein bisschen mehr Platz habe und jeder weiß worum es geht so schütteln wir mal heute Nacht ne ich sehe auch beschissen aus weil heute Nacht unsere Katzen meinten alle drei Katzen mich wach zu halten ständig sind die auf mich gestrungen ständig waren die am jaulen am krakehlen ey ich habe bald einen Rappel gekriegt ich weiß nicht Wetterumschwung keine Ahnung können sie mal abgeblühen sonst gebe ich sie ein Tier heim so der Lipgloss geht an die Alexa Bo 243 Herzlichen Glückwunsch an dich geht der Lipgloss von Hypoallergenic Belle so ähm bei denjenigen die die ich Adresse ja schon habe da wird es automatisch hingehen die die ich noch nicht habe die werde ich dann natürlich noch anschreiben ne ich schreibe es mir mal eben hier auf so die Alexa genau so einmal und die hat den Lipgloss ja das ist so super fängt doch schon mal gut an ähm ja dann machen wir wie gewohnt weiter ähm und zwar mit der 2 genau das ist einmal die Lidschattenpalette von Altera die Eyes Never Lie die bei mir leider nicht so funktioniert ob ich das gerne hätte für mich war die einfach zu ja schwach ja zu schwach ne ähm ja an für sich schöne Farben aber da fehlt mir der Krabbe deswegen geht die weiter ich hab hier irgendwo schon wieder ein Klebe so äh wollen wir mal gucken wer hier die Palette noch haben will muss ich heute alleine machen Monique ist ja arbeiten die äh Noemi ja muss man eben zusammen machen dann achso ne muss ich hier ja auch schon bescheiden die Katja die möchte auch dann haben wir Rosemarie wo bist du denn genau alles außer dem Lipgloss deswegen hatte ich dich ja da rausgenommen doch die Palette wollen eh fast alle haben äh manchmal kann ich es nicht lesen die Gabi wo bist du denn Gabilein ja dann haben wir die Friedrichia die Villa ähm ist immer überall dabei die äh Nicole Palette die Nicole Palette genau die Heike ja dann haben wir noch Sonnenschein rosa da wusste ich jetzt nicht ich hab dich jetzt überall mit reingepackt ich konnte es jetzt irgendwie nicht so deuten aus dem Post die Doris dann haben wir die Patricia genau die ist bei der Palette dabei dann haben wir die Theodora ja ich bin müde diese blöden Viecher die schlafen jetzt natürlich im Wohnzimmer schön ne also manchmal könnte man sich den Hals umdrehen ganz ehrlich die Alexa die will auch die Palette dann tun wir dich gleich mal sofort wieder dabei so dann ach die Papsi die Papsi ist dabei dann haben wir hier die Jessica Jessi auch dabei die Elle ist auch dabei die Conny ist auch dabei die manchmal muss ich es aufmachen weil das ist so schön zu erkennen ach ja die Carmen äh nein ich glaub das sind alle Anja das weiß ich ist dabei und dann haben wir zu guter letzt Schneegaller auch oh ja also wirklich alle ne außer halt eine so wollen wir mal gucken an Benelitschampagne BG so dann greif ich mal rein und die Lidschatten Palette die geht an ich hab jemanden die Lidschatten Palette die geht an die Else XX herzlichen Glückwunsch an dich geht die Lidschatten Palette ich weiß jetzt nicht habe ich deine Adresse ich gucke ich melde mich und ähm ja dann meldet ihr euch bei mir so es geht weiter es geht weiter es geht weiter und zwar wo ist er denn jetzt die Palette ist weg dann haben wir als drittes was hab ich denn mit 3 angekreuzt gar nix den Bronzer dann Bronzer äh von PS das ist die Eigenmarke von Freiburg so ja dann machen wir die Noemi die nicht dann haben wir die Else ich glaube die war überall ja die packen wir gleich wieder da rein dann haben wir die Carmen nein dann die 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 Alexa genau ähm nein die war nur für die ersten beiden die können wir schon mal raus tun dann hatten wir die Doris nein Fikritia ja die Rosemarie ja Anja Jupp Sonnenschein Jupp Nicole Kettelas äh nein und dich können wir raus tun du bist dann schon fertig Lipgloss und Palette ähm ich sag ja manchmal muss ich es aufmachen dann kann ich es nicht erkennen die Patricia nein erst wieder zur Highlighter Palette lassen wir dich mal da draußen ähm dann haben wir die Katja die will den Bronzer ok dann kommst du halt wieder da rein so dann haben wir hier die die Heike nein Fikritia hä hab ich mich vertan ich habe mir vertan ich habe mir vertan ich habe mir vertan da sprach der Hahn ne doch nicht hä da ist die Fikritia Schneegalle auch dann die Conny nein die Gabi hallo äh nein dann Jessi ja Theodora nein und die 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 hat alles jetzt ok das so wollen wir mal gucken an wen der Bronzer geht so ich wühle und wühle und wühle und The Bronzer geht The Bronzer geht The Bronzer Bronzer Der Bronzer geht an die oh Babsi du bist auseinander gefallen man kann es aber trotzdem lesen Babsi Makovia herzlichen Glückwunsch an dich geht und The Bronzer 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 Baby so ähm die Babsi oh es ist jetzt drei Gewinner The Bronzer und die Babsi können wir nämlich gleich wieder hier rein tun weil die will nämlich beim nächsten auch mitmachen und als nächstes haben wir nämlich die Highlighter Palette von Revolution die für mich einfach zu dunkel war und für den einen Ton hier bleibt sie dann doch nicht bei mir so und dann geht die Babsi rein dann geht die Noemi rein dann haben wir hier die Sonnenschein Sonnenschein rosa die geht ja auch mit rein dann die Katja auch Highlighter Palette Rosemarie Rosemarie ja Fikrichia ja die Elsa ja die Carmen nein Theodora ja ja da sind auch viele interessiert ich kann es verstehen ist ja auch eine schöne Palette aber für mich einfach zu dunkel weil ich mag auch dieses Gold nicht an Highlighter ja und ich bin auch einfach zu blass für Gabi ja dann haben wir die Anja jo die Schneegalla jo die Jessi jo 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 und jo die Conny jo jo und die Doris jo jo und die Patty 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 jo so ihr seid alle drin Toi 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 viel Glück Und die nächsten 5 Sachen habe ich nämlich schon rausgesucht für das nächste Aufgebrauch So Komm mal gucken an wen die Highlighter Palette geht Ich habe jemanden Und die Highlighter Palette die geht an die Sonnenscheinrosa Herzlichen Glückwunsch An dich geht die Highlighter Palette Jo Was ist hier heute los Highlighter Palette Wow 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 So und jetzt kommen wir zum letzten Und da haben wir diesen Ultra Smoky Eyeshadow Pen von Trended Up In wirklich Kohlraben schwarz Benutze ich einfach nicht Hat hier die Farbe und hinten noch ein Schwämmchen dran Aber das ist mir einfach Ja wann benutze ich mal schwarz Und dann Kann jemand anderes Spaß damit haben Den hatte ich auch noch nicht benutzt Vielleicht glaube ich mal zum Swatchen Das war's Die Carmen So Noemi Nein Dann haben wir Die Gabi Nein Dann die Jessi Ja So wie der Dinger hier Fikritschia Ja Die Babsi Ja Dann haben wir die Doris Nein Dann die Conny Nein Die Schneegala Hatte alles Heike Auch Else Auch Anja auch Das weiß ich immer Da brauche ich immer gar nicht gucken Die Patti Nein Theodora Nein Dann haben wir noch die Rosemarie Ja Und Die Katja Nein Und zu guter Letzt Die Sonnenscheinrose Hatte ja auch alles So Und dann kommen wir schon zum Ende Ende Geländer So Schauen wir mal Ob wir heute fünf Gewinner haben Oder nur vier Wer weiß So Und Gewinner Nummer fünf Oder vier Oder wie auch immer Gewinner des Sticks ist So Ist die Die liebe Fikritschia Berati Die also Wir haben fünf Gewinner Ja herzlichen Glückwunsch an alle Fünf 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 Gewinner Meine Güte Ist ja Wahnsinn So Fünf Gewinner Ja Eins Zwei Drei Vier Fünf Irre 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 Also Ja Freut euch Über diejenigen Wo ich die Adresse ja schon habe Hab ich gesagt Geht es automatisch hin Wo ich sie noch nicht habe Werde ich mich auf jeden Fall Bei euch melden So Und das war das Verlosungsvideo für heute Jetzt gehe ich so ein bisschen Wieder auf die Couch Fummel so Fummel an mir rum Nein 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 An meinen Kanal rum Damit ich schon mal Videos für nächste Woche hochlade Und etc PP Weil da sind doch einige Videos zusammengekommen Und die müssen auch gezeigt werden Also Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Teil Wunderschönen Abend Bleibt gesund Und Viel Spaß Mit den Dingen Also Bis denn Tschüss Und ich tu mir jetzt die Ruhe an Und ich ruhe an Ich ruhe an Ich ruhe an Ich ruhe an Edee Gondel chrisch M подар